Musik Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu dem Hexer Single Let's Play Ja und wie schon angedeutet, dieses Let's Play ist heute mit dieser Aufnahme, die ich jetzt hier gerade mache Das ist nur ein Part, ist dann die letzte Aufnahme Das heißt, demnächst wird euch ein neues Modpack in die Quere kommen, was ich hier aufnehme Ich probiere gerade noch rum wegen der Performance und so Auf jeden Fall Da hat das wohl die letzte Und ich lade dann auch die Map hier hoch, ihr könnt es euch runterladen und sonst was damit anstellen Mir egal was Scheiße Schon wieder dieser Bug Ich glaube, das liegt aber an der Map Naja Willste machen Die paar Parts, den einem Part kriege ich das noch so hin Und zwar Habe ich mir letztens vorgenommen Ein Haus zu bauen Ha, haben sogar gleich eine Tür Haben auch gleich eine Druckplatte Nein, aber wir haben zwei Knöpfe, das ist gut Und dazu bräuchte ich dann noch Steine Nehm ich jetzt weiß oder nehme ich die? Ich nehme die Da nehme ich den mit Davon noch ein bisschen Glas Was Hör mal das 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 ist eine gute Frage Jetzt kommt auch die Frage auf Was nehme ich als Boden Also holzmäßig Haben wir da irgendwas Schönes da? Nein Das heißt, wir legen uns jetzt erstmal Pennen So, jetzt muss ich das Mikro kurz richten Jo, jetzt sollte man mich besser hören Hat man vielleicht schon vorher Aber naja Ich mag das lieber, wenn man mich noch besser hört So, da legen wir uns jetzt pennen Und werden dann draußen anfangen Ein Häuschen Zu bauen So Dann brauche ich Die Fuck you doch Na, wie oft werde ich jetzt noch raken Das fiese ist Daher, dass diese Map So einen riesigen Hardcore-Bug hat Sehe ich den scheiß Schleim Da fick dich doch einfach Du Wichser Wollen wir vom Königsschleim erschlagen Ja, vor allem letzte Folge Weißt du, da kann man uns da sowas leisten Bist du Trickswichser Oh, das Luschig ist getroppt So, da wird die erstmal weggemacht Die erstmal weggemacht Ich müsste mir ja fast ne Dev Dings hier machen So, das heißt Ich darf das ganze Scheiß spielen Doch mal neu installieren Wahrscheinlich So Und zwar wollte ich Ja Hier noch ein schickes Häuschen Hinsetzen Aber erstmal Hatte ich nicht noch einen Brustpanzer? Wollt schon sagen Huiuiui Und zwar So So, jetzt das Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, zehn Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn So, und der letzte Müscht es sich ja theoretisch ergeben So Jetzt nehmen wir dann mal Ich glaube ich nehme erstmal die Siebenundzwanzig Hier kommt ein Doppel-Eingang rein Gut Auch nicht schlimm So Eins, zwei So Eins, zwei Schön abgezählt Die Scheiß hier So Ich werde mal Jep Hop Hop Also Oh je Wenn ich noch Na doch, das geht Ne, warte mal So, jetzt nehmen wir Glasscheiben Ja 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 Hä Hallo Jetzt hat man jetzt seit neuestem, ja weil ich habe auch seit neuestem sehr extreme Frametroops hier fällt mir jetzt auf Wie sie auch immer Ich habe da jetzt ne Schaufel bekommen So Was nehmen wir denn jetzt mal vor einem Boden Lass mal auf der Map was gucken Ich könnte jetzt einmal nach da drüben fliegen, das ist mir aber zu blöd Ich glaube ich werde da hingehen Ja wir haben ja schon neun Minuten Ah und die letzte Folge hier, da ja das die letzte ist Das machen wir natürlich auch länger Bin ich ja nicht so Ich glaube so ungefähr 20 Minuten Ja 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 Toll, ein Sitzling. Dumm, kann ich mir echt was kaufen. Jo. Einundzwanzig. Jui. So, sechundzwanzig. Hui. Ja, nicht wundern, ich mach das immer seit neuestem so, mir den Sitzling. So, mein Stuff, den hab ich da. Hui. Okay. Und drinnen sind wir. So, jetzt zerkleinern wir den Scheiß hier. So. Aber wesentlich schneller ist die Schaufel auch nicht. Muss ich jetzt mal so behaupten. So. Jetzt brauch ich nochmal rote Steine. Also jetzt brauch ich rote Steine. Habe ich da vielleicht noch ein paar Rumpfliegen? Nein. So, die Königsschleimschaufel. Ach, die geht nicht. Okay. Rote Steine. Zwölf Stück, davon kann ich echt genau was machen, weißt du. So eine Pisse. So. Nehmen wir mal ein paar Blümchen mit. So, dann rennen wir hier rüber. Mob Drop. So. Da kommt das rein. Was ist denn hier oben drinne? Erde, Erde, Erde. Freue eh nie mehr. So. Hier sind Steine. Wo sind sie denn jetzt? Da sind sie. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Einmal zerkleinern. So, da machen wir uns jetzt schnell ein Crafting Table. Zack. Jetzt haben wir eine zweite Tür. Zack, zack. Natürlich, wie immer Eine Druckplatte immer dabei Wie sich das für so einen richtigen Profi gehört Er hat immer eine Druckplatte dabei Alter So Wir haben schon 15 Minuten geruht Passt schon So Jetzt haben wir jetzt 20 Minuten Einmal Haben wir 18 Hier kommen auch keine Normalen hin Ich hasse es Und dann muss ich halt Wenn ich in die Richtung schaue Ja Du musst Scheiße Jo Passt Ungefählt So Der kommt Auch nochmal da hin So Was haben wir hier noch Zack Haben wir eine weitere So 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 So, haben wir das schon mal alles fertig. Ich weiß, was fehlt. Ja, gut, jetzt habe ich sie... Ja, ja, jetzt waren die Frames so niedrig. So. Da würde ich mal behaupten, Steine, Erde, Holz, Wobbernsteine, hier. Machen wir hier noch so Glas rein. Hier ein bisschen Futti, Futt. So, dann wären wir größtenteils mit den Häuseln fertig. Fistliche Slimes. So, jetzt hole ich noch schnell ein bisschen Einrichtung. Also, Dach werde ich diesmal nicht schaffen. Eins, zwei, drei. Ich wollte noch irgendwas. Ich wollte noch irgendwas. Flucht der Pisse. Ah, Iron Bomb. Das kommt noch drüben rein. Das? So. Jetzt haben wir schon über 20 Minuten reich. Was war denn hier drin? Na, Ha, 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 Rung. Haben wir noch Holz? Ja. Ein Locker ist immer vorhanden. Zack, zack, zack. So, was fehlt hier? Ein Ofen fehlt, aber an der Stelle würde ich sagen, das war's von diesem krassen Single-Let's Play, was in letzter Zeit jetzt geschliffen hat. Ich hoffe aber mal, dass es beim neuen besser läuft. Auf jeden Fall, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen oder abonnieren, favorisieren. Gebt uns einfach ein Feedback. Auf jeden Fall, das war's, wie es schon gesagt, von diesem Single-Let's Play. Und wir sehen uns im neuen Single-Let's Play, was auch mit Minecraft zu tun hat, wieder. Es ist natürlich auch ein Mod-Pick. Auf jeden Fall, bis dahin. Ciao.